Wir sind gerade auf dem Weg nach Berlin, denn heute beginnt die Klippenspring und X-Diving-Saison. Wir wollen heute bloggen gehen und jetzt machen wir gleich erstmal ein Warm-Up mit dem Richie. Der wird jetzt gleich mal eine Runde um den Tisch klettern. Das macht er cool. Chris, du bist Schiedsrichter, du musst drauf gucken, dass er dich bescheißt. Wir sind jetzt angekommen in Berlin, wir suchen jetzt den Müggelsee. Einmal mit Profis arbeiten, zu sterbenden Ecken, das ist ja so ein Nemi. Bitte! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Drei, dauern Sie, drei, drei! Drei, drei, drei! Oh, oh, oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Stop it!